Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren hier auf dem Channel, auf dem Nixlo-Saison, den keiner kennt vor der Kamera und hier der Mikrofon, euer René und ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge von SimAirboard, dem Airboard-Simulator-Aufbauspiel. Wir sind stehen geblieben, bzw. wir sind stehen geblieben bei dem Anschluss vom Tank, Treibstofftank, an eine Straße. Musik Und dafür fehlt mir noch mehr als genug Money, 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 mir fehlt Money, yeah. Schau wieder, immer noch. Ich habe ja nicht einmal dann das Geld fürs Aufdanken, wenn ich mir das anschaue. Also wenn ich da 172.000 auftanken möchte, möchte ich wie viel? Also bei 100 Litern sind es bei 100, 160. Also 10 Liter sind 15. 1000. 10.000. 10.000. Und bei 100.000 war er der, ah, wieder mehr, ne, super. Es ist nicht leicht. 10.000. 10.000. 11.000. 11.000. 14.000. 15.000. 15.000. Was ist das? 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 Ich mag nicht die Miners. Ich kann doch nicht ständig nur Stück für Stück aufbauen. Da werde ich ja nicht fertig. Ich möchte nicht Aschein. Ich werde jetzt auch ein bisschen zurück. Ich mache nichts. Ich mache nichts, ich mache nichts, ich mache nichts. Cmooon, 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 Cmooon Cmooon! I need more money please, please more money, not lower, come on, it would be nice, Edward Be nice, Edward, be nice, Edward, be nice, Edward. Be nice, Edward you'd be nice, Edward be nice, Edward be nice, the size Can I get more? More, 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 more. Come on. I need more money please. Yes, I know it, and yes I know it, the day is gone in a few minutes, but I need money, but I need money, but I need money for the street. Ah, what's happening? 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 No money, no money, no money, no money, only expenses, nur Ausgaben, no incoming, so the last incoming for this day. The problem, I must go to the other direction too. This is so, so shit. Und es geht nichts weiter. Es geht sowieso kein Hacker an, wenn ich jetzt auszeige. Ich werde ja nur zuschauen. Sorry, noch etwas. Den halben Tag können wir wieder warten. Da unten wird sich wahrscheinlich alles aufhängen, weil die Security nicht weiterkommt. Das Ding ist noch immer nicht repariert, keine Ahnung. Den sollte vielleicht auch austauschen. Das alles nur, weil ich diese Scheißverfatte Tremsstoffdebot aufbauen will. Ich sollte mich vielleicht doch um andere Sachen kümmern hier. Was wichtiger wäre, Gebeckscanner zum Beispiel. Denn siehe so, dass ich den auch einmal einstellen würde, ne? Dass ich mal Überblick über die Finanzen gar nicht. Das wären die wichtigeren Sachen, oder? Na, ich muss unbedingt das Scheißverfatte Tremsstoffdebot mal aufbauen. Entschuldige, meine Damen und Herren, so reden, so tun, ne? Ich entschuldige mich natürlich dafür, ne? Dass ich Wörter in den Mund nehme, die nicht in den Mund zu nehmen wären, normalerweise. Was mich halt irgendwie erwartet, war, 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 und das auf der schnellsten Stufe. Es geht nichts weiter auf der schnellsten Stufe. Und man ist die ganze Zeit nur im Minus, 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 Minus. Man kommt nicht einmal gescheit ins Plus. Ich kann nichts aufbauen, ich kann gar nichts machen. Ich bin nur im Minus. Ich bin nur im Minus. Und ich habe nur nach 6,30 Stunden bis zum Parkarbeit. Ich bin nur im Minus. Es ist jetzt schon der halbe Tag. Der halbe Tag ist gelaufen und ich bin im Minus. Was soll ich tun? Ich möchte diesen verpackten Tank auch bauen können. Und was hat das mit dem scheiß Rollweg zu tun? Da waren sowieso über den Rollweg die Fahrzeuge gefahren. Da hätte der Tank genauso gut gleich nicht mehr einen Rollweg stehen können. So, die Zeit zum Bankot ist sehr gut gesetzt. Jetzt hätte der Tank zwar den Anschluss. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich kann es ja mal probieren. Wir probieren es mal mit 1000 Liter. Ich habe keine Ahnung, wann der Tank aufgehört wird. Jetzt ist die Schicksal. Ich muss sie aufgestalten. Ich bin nicht mehr so. Jetzt geht es auf den Grafik. Ich bin nicht mehr so. 15.000 bis 61.000 Liter Treibstoff. Okay, die 1.000 Liter habe ich. Das sind ja 1%. Keine Ahnung, ob das Fahrzeug dann auch so ohne die Straße herumfährt oder nicht. Also, wenn ich da 40.000 Liter einkaufe, wenn ich da 40.000 Liter einkaufe, dann kann ich ja gar nichts lesen. Das ist ja nicht zu lesen. Da habe ich bei ca. Wie viel? 40, 400, 4000. 50,000. Spielhinkkart. Spielhinkkart. Bis zum nächsten Mal. Fürs 37.000 Liter Transe. See difference? Stellung. Desdenador Alzheim ich ausunehmen. Egenich ist das Suttos, so die Plüe des Teils dir. Egenich ist das Suttos, so die Plüe des Teils dir. Und höchstwahrscheinlich muss ich da die Schlosser in die andere Richtung legen, weil sonst kommt der gar nicht zurück. Musik 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 Ich würde mir billig einkommen, wenn ich den Asphalt kaufen würde. Kann man den auch so kaufen? Nö, glaube ich nicht. Ja, ist gut. Ich muss kurz auffüllen. Das Biste, was sehr kindert ist, wenn dann die Verdankung funktioniert, wenn ich da oben bin. Ich habe ja ein Tankfahrzeug. Das ist das Leer. Das ist das Leer. Das ist das Leer. Das ist das Leer. Und wie wurde das verkauft? Oder ob ihr was für Übersehen gehabt? Leute, in dem Fall wurde der Tank verkauft. Geh, geh, kein Kredit, nö. Flughafenwirt, 236.000. Aus, ich mache Schluss. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und morgen würde ich sagen, spielen wir vielleicht Airboard Zero. Ist so ähnlich wie das Team Airport, mit dem lassen wir mal eine Woche Ruhe, ne. Und Airboard Zero ist dann von komplett Grund auf aus anzufangen, ne. Also dann, danke fürs Zusehen, tschüss, servus und bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.